Also, heute aus dem März Play und mal noch Rotmull-W-W-W-N-Fahrt. Hm? Hm? Geil? Ja, 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 das war ganz gut. Wir können heute noch etwas gucken. Ähm, ich mag euch sagen, ähm, sei mein Katori, so RL nennt sie statt. RL, das könnt ihr auch alle sehen. Real Life, geil? Gucke mal. Ähm, ja, sollen wir Ihnen ein kleines Interview feiern? Also, ähm, hier in Hüt gewonnen. Ja, ich habe schon gewonnen. Ja, ich habe. Hier in Hüt gewonnen gemacht, heute. Wie du siehst? Oh, noch denn, 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 denn. Internationale Play-Lash-Team-Punk-Convention. Ja. Wie ist sie da, hä? Ich habe nicht gewonnen. Ja. Wollt ihr nicht schweig gemacht? Wollt ihr nicht schweig gemacht? Ja, in der Deinung, mein Zeug verkauft. Anglische Kommentare geschrieben. Ich glaube, ihr habt den Komponenten geschrieben. So, das hat den Nullze plus Komponenten gesagt. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ja. Wie ist das? Ja. Aber, das ist einfach mal. Ich muss mal ein. So, ähm, Frau, was sagst du von meinem, äh, Suicide Squad? Suicide Squad? Ich habe einen Jokern, wo es die Läschkasse gibt. Das sind neue Schüle-Güberschüsse. Ja, genau das. Das ist krank, das ist krank. Also, wir gehen heute den Avengers gucken. Und wir gucken, dann haben wir noch vielleicht noch ein kleines Interview. Dann machen wir so eine Marke mit etwas, dass sich eben noch an der Realität ein gerümpft. Und dann sehen wir uns schön rum. Tschüssi. Tschüssi. Also, hier sehen wir dann die Filme. War gut. Ja, die Filme. Also, willst du einen Rieschke sehen? Nein. Okay, gut, dann nicht. Der Kommentar, wie war der Film? Der Film war super. Okay, gut. Super. Gibt es einen Klub, woher geht es? Ich gucke nicht im Fernsehen. Es war ein bisschen lang. Ich gucke wirklich mit der Kohle, mit dem Popcorn, wenn man auch keine offene Tür hat. Ja. Nee, war gut. Okay. Dann gucken, ich werde, ich mag vielleicht die Video aufsetzen. Und die Zeit kriegen. Und morgen, als ich gewinne, weil ich das ehemal gemacht habe. Ja. Okay. Ja, passt zum Gang. Und dann für mich Tschüssikowski auch noch. Das war das Ding.